Willkommen im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen. Wenn es später noch Bücher geben würde. Oder eine Geschichte. Oder eine Welt. In dieser Welt waren die Menschen einmal wichtig gewesen für die Märkte. Aber das Wachstum brauchte sie nicht mehr. Wer die Welt beherrscht, will nur die Welt beherrschen. Ein paar Milliarden reizüberflutete Menschen sagten, es geht uns doch gut und glaubten sich selber nicht. Denn es fühlte sich alles beschissen an.